Hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Runde The Frost. Bei mir ist heute der John Wick und Mütze. Jo, jo. Genau, genau. Genannt auch leider Marco. Vor allem bei dir, weil ich ja auch das Game hoste. Hoste. Wo sind... Ach ja, wir sind ja hier. Gott, wir haben es vergessen. Wir haben es vergessen, dass wir hier sind. Wir haben es vergessen, Alter. Ja, ich dachte, wir sind hier an unserer anderen Basis. Mal kurz waschen, so. Kurz in den See gesetzt und schon bin ich sauber. So muss es sein. Na, nach einer Woche nicht mehr waschen ist schon krass, oder? Einer Woche, ne? War ein bisschen länger. Nein. War ein bisschen länger? Okay. Frage. Ich würde sagen, wir gehen heute wieder schön auf Tour. Suchen so viel wie möglich. Sammeln so viel wie möglich. Wir machen was Spannendes, ey. Dann schlägt man die Idee. Ja, ich hätte eine Idee. Und zwar, wir könnten, ich habe diese Gerüchte, weil sie gehört, wo sich noch einen Topf befinden könnte. Also, ein Topf, oh. Interessant, ja, ja. Das wäre schon mal was. Ach so, übrigens bei der einen Folge, ich will, vorletzte Folge oder so, glaube ich, war das. Da habe ich gesehen, wo wir da langgelaufen sind. Und da habe ich ja in meiner Welt ein Heisting gebaut. Und da ist auch ein Zelt. Hast du Fall hier gemacht? Ganz schein im Augenwinkel gespielt. YouTube. Und wenn ich jetzt nicht, ah, okay, das ist ein kleiner See und im Walde. Boah. Wo genau, kann ich jetzt nicht mehr so sagen. Wenn du musst dich mal suchen. Ja. Gut, ich würde dann sagen, rüstet euch aus. Entschuldigung. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So, besser. Ne, da geht nicht mehr was. Hä? Sag mal, enttäuschtest du jetzt oder weiß ich nicht? Jetzt kommt was. Zwischen diesen Blechdingen da, wo man hier was geben kann. Ja. Blechschüssel. Und dem Seil. Lag da nicht noch, lag da nicht irgendwas zwischen? Ja, Steine. Steine liegen dazwischen. Ach ja, okay. Dann habe ich keine Steine. Ja, verstehe. Ja. Ja, okay. Na, beim letzten Mal haben wir ja die Motorsäge, Kettensäge gefunden. Ja, zum Glück. Der Ringelingelingelingelingelingeling. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, Philipp führt uns an. Bärchen sind gewachsen. Hat einem noch irgendwie Dursthunger oder? Ach ja, siehst du, ich wollte diese Winst machen, was? In Busch mache ich kahl. Und wann zu? Und pflanzt gleich nach, wenn es geht. Nein, das habe ich schweig. Ich habe den Beitel ja geballt. Meine guten. Aloe Vera. Sehr gut. Aloe Vera. So, mehr brauche ich eigentlich nicht. Kann ich hier irgendwo. Aber hier ist was kaputt. Das ganze Ding ist gleich am Arsch. Ja, habe ich auch gesehen. So, habe ich auch gesehen. Erstmal 20 Mal daneben geklickt, bis ich die Machete, wollte ich gerade sagen. Bis ich das Katana habe. Machete sieht anders aus. Ach, nee. Äh, Federn? Federn? Mach ich immer noch Federn? Ich habe eigentlich genug. Auch. Ich kann zwar mitnehmen, klar, aber... Da flog hier gerade nicht eine Feder runter. Okay, gut, egal. So. Wie viele Federn habe ich jetzt? Ich habe jetzt 75 Federn. Das sollte erstmal reichen. Ich habe 66. Gut. Alles klar. Na dann. Auf, auf. Proviant habt ihr? Ja. Also wir müssen jetzt Richtung, äh, äh, Boot. Mhm. Äh, wo ist Boot? Äh, meinst du jetzt unser Hausboot? Nee, ne? Äh, nee, äh, dieses, äh, diese Yacht da. Ja, 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 ja. Oh Gott. Da haben wir mal überlegt. Da auch, wo auch, äh, der, äh... Der Baum ist, ne? Der heilige Baum auf der Klippe, genau. Da ist die Frage, wollen wir da, ähm, obwohl... Na, ich weiß nicht, sind wir da schneller mit dem Hausboot unterwegs? Oder wollen wir da hinlaufen? Na, lieber hinlaufen, mach. Gut. Macht mehr Spaß. Dann können wir noch was einsammeln und so. Ich muss halt nur mal gucken, wo das jetzt genau ist. So wie ein, so wie ein Bambi einsammeln? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ach doch, da hinten. Okay, das ist, ist ein Stückchen. Messen wir hier einmal so querfeldein. Schon noch Stücke. Ich bin hier einmal querfeldein. Oh mein Gott. Ach da. So. Oh, meine Fresse. Da hört man wieder Maren. Gesundheit. Die funktioniert gerade wieder. Hallo! Oh, mein Gott. Na ja. Ich steh. Ach, schön. Denn immer, wenn sie, wenn sie auflegen möchte, mit ihrem Freund oder ihrer Mutter, wenn sie sagen, siehst du, dieses grunge Knutscher, boah, das hört sich so eckig an. Ja, ich meine, ich kenne auch einige, die zum Abschied so einen Bussi geben, so, oder so. Das ist doch in Ordnung. Aber wenn das manche so übertreiben, ja, das ist, ja, nein. Mein Onkel oder meine Oma, die haben es immer so gemacht, so, tschüss, 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 tschüss. Das finde ich immer so lustig. Und dann, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich mit Erwin oder so ziofiniere, manchmal, oder, äh, Sprachmitteilung, dann sagen wir immer, tschüss, 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 tschüss. Ja, gut, bei sowas ist es ja noch lustig. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du das jetzt ständig machst, bei jenen und so, dass das dann so einigen auch auf den Sack gehen könnte. Wie die, wie die Token, ähm, wie die, ja, weißt du schon. Also bitte, ne? Solange du es nicht bei deiner Jobshitter-Mitarbeiterin machst. Tschüss, tschüss. Ich bin dann doch zu alt und, okay. Nee, nee, nee. Gibt's nicht. Hier ist ein Baum, aber ich glaube, das ist der Falsche, oder? Oh, weil die Krone hat diese eine Hübsche da gekündigt. Das ist schade. Ja, sie hatte ich gesehen und dachte mir, nein. Nein. Das war schade, 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 schade. Naja. Hattest du wahrscheinlich was Besseres gefunden. Ja. Ey, weiß nicht, bei den, äh, sag ich jetzt mal, wie heißen die Dinger, äh, Betreuer, sag ich jetzt mal. Die Dinger. Da ist auch schon eine Frau erschienen, war nur eine Woche da und dann ist sie wieder weg. Oder ein Kollege gekommen, erschienen. Hat was Neues gefunden, was Besseres und ist auch wieder weg. Also, das verstehe ich auch nicht. Und jetzt sind es, äh, ein bisschen mehr Leute. Und mal gucken, wie lange die eine bleibt. Und, ja, die eine ist aus Mexiko. Naja, klar, wenn man was Besseres, äh, findet, ne, warum denn nicht? Ja. Boah, das, das ist dann bei uns, äh, so, weiß nicht, wenn zu wenig Mitarbeiter da sind, also, dann, äh, ist es so, dass wir nur rumsitzen und, äh, Däumchen drehen können und Nase bohren und Eier schaukeln und, keine Ahnung. Ja, aber wenigstens könnt ihr das da machen. Ja, aber das ist langweilig für mich. Ja, na, ja, klar. Es ist doch. Ja, wir müssen hier rüber. Die PCs sind alle belegt und, ja, kann ja nichts machen, außer umsitzen und schlafen oder... Das sind ja auch meistens PCs, die, äh, die, ja, so schnell sind wie eine Kartoffel. Hm, ein bisschen schneller. Ja, wow. Die zwei Kartoffeln. Aber es ist Windows 10 drauf. Wow. Ja. So. Die müssten eigentlich gleich da sein. Wenn das hier das Richtige ist. Gleich da sein. Ah, pssst. Lug ins Wasser gefallen. War da ein Dorf? Nee, das war da auf der Klippe, ne? Das ist das Hauptdorf hier, glaube ich. Ja. Ja. Äh, hä? Aber was für ein... Ach, oder ist diese Klingel Pissbäumchen da, verzeichnet hier auf der Karte? Na toll. Toll, ey. Nicht okay, dann sind wir schon mal hier, dann können wir auch, ähm, dann können wir auch das Hausboot nehmen und schnell rüberschippern. Ja, was ich auch gerade auch machen. Braucht noch jemand Cola? Ähm, nee, ich bin 8, habe ich erstes Moment. Du bist hier drüben auch 8. Ja. 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 Hallo, ich. Der Lurch muss da durch. Yay, Flair ist... Ey, 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 ganz ruhig da. Denk dran, ich hab ne... Denk dran, ich hab ne... Ähm, ich auch. Und ich kann damit jetzt gut zielen. Ja, ich auch. So, gut. Ich hab ja in der einen Aufnahme gesehen, dass du diese, ähm... Nein, hab ich nicht. ...Wenn man benutzt hattest. Die, äh... Lurchpistole. Ja, die Flairgun. Die macht sich ganz gut, wenn du von irgendwas Großes gerade angegriffen wirst. Ja. Dann macht die sich auf Abstand ganz gut. Das hab ich, glaub ich, gar nicht mal mitgekriegt, mitbekommen. Oh, scheint so. Ne? Yay, ein paar frische Socken von der Leine klauen. Ja. Kann ich auch. So, ich mach schon mal der Schiffstart klar. Ja, komm mit. Dann pieksen wir ins Meer. Stecken wir nicht je. Auf unser Love Boat. Upsala. Ich hab ein paar Freunde. Ja, entweder, äh... Ich wollte auch nur durch erledigen. Entweder, ähm, lässt du dir jetzt links liegen und kommst mit, oder... Ja, weiß ich nicht. Lässt du jetzt links liegen. Jetzt ist scheiße. Da hinten kommen wir nicht runter. Ich glaub, wir müssen hier lang. Marco hast du wieder Kützchen verteidigt, ja. Kürriro-Kützchen. Ja. Die Webseiten erstellen. Mhm. Mhm. Hey, die Bäume wachsen nach. Sehr schön. Was nun, was jetzt... Was gibt es dann? Genau. Pau aufs Maul. Ach. Ah, jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg. Weg! Jetzt bin ich allein, allein. Haben wir das so weit außen hier... hingestellt? Sending. Kann ich mich hier runtergleiten lassen? Elegant. Ja, kann ich. Ah, okay. Yay, unser Love Boat. Wo ist Marco? Da oben. Ich bin hier oben. So ein paar Blättchen. Ja. Unser Boot springt in die Luft, auch schön. Mhm. Warum auch nicht? Ich muss leider da lang. Ich hoffe, jetzt kommt kein... Keiner, der mich... So, tschüss Marco. Grüßt. Oh, Krieggröte. Ja, willst du dir jetzt mitnehmen? Das Fleisch. Ich muss... Den Panzer. Da hast du... Hast du dich sowieso... Äh... Proviant mitgenommen? Wahrscheinlich kannst du ja nicht mehr alle schleppen, oder? Ey, willst du zweimal... Äh... Fleisch mitgenommen, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr. Ja, na gut. Aber die kannst du nicht mehr tragen. Mal gucken. Du kannst ja... Du kannst ja nur viermal Fleisch tragen. Oh shit. Scheinbar ist doch mehr. Ja. Also ich kann nur vier tragen. Also von jeder Fleischsorte. Also und Lurch, glaube ich, sind es drei. Ja, Fleischsorte. Hm. Ich habe einen Lurch und, äh... Ja. Nur ein Stück Fleisch. Ich erscheine. Da wird immer Zeit. Wer will heute fahren? Ich bin wieder gefragt. Ja. Na dann, tschüss. Wer rastet denn da schon wieder aus? Interessant. Interessant. So, Marco. Drei, zwei, eins. Ciao. Das reißen. Oh. Oh. Ja. Die Schale ist da weg. So. Die Schale, okay. Der Panzer. Der Panzer. So. Ich bin dreckig. Dann kannst du mal eine Runde mit den Heilschwimmen gehen. Ja. Und schmutzig gemacht hat sich auch noch. Ja. Deswegen ja. Ähm. Na klar. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich guck mal schnell. Was ich für ein, äh. Ja. Für das brauche, ja. Genau das. Du brauchst genau das für das? Jetzt ist mein Messer, äh, äh. Wieder sauber. Ja, es regnet ja auch. Achso. Hm. Ach gut, macht sie das. Ja, ne? Find ich gut. Ja, schönes Wetter. Die Sonne scheint. Es regnet. Es gewittert. Ja. Und wir piksen ins Meer. Das ist gut. Mit unserer Laufbaut. Wir piksen ins Meer. Äh. Äh. Sag ich dir nicht. Ich finde gerade nichts hier. Was willst du denn du da auch finden? Na, was ich nochmal mit Rehaut machen konnte. So. Ich glaube, einen Wasserbeutel kannst du machen. Aus Rehvorhaut. Aber nur ein Männchen. Ja. Hä? Hier kriegst du Finger nach. Oh, das kommt doch. Schön. Das Land war doch größer als ich dachte. Also die kleine Insel hier. Hm. War auch voll die Action hier. Nur auf meinem Kanal. Ja. Schön. Da drüben scheint ein kleines Boot zu sein. Aber ich glaube, das haben wir schon gesehen, ne? Ja. Da liegt zweimal Seil drin. Hm. Ja. Ah, ne Feldflasche hier. Zweimal Rehaut. Ein Seil. Ne Feldflasche? Ja. Ja. Steht hier. Oh, gut. Na, was kriegst du? Mike, alles richtig, ja? Hm. Gute Sache. Gut. Das sieht gut aus. Ich hab ihn gerade in meiner Hand. Ja, sieht aus wie für irgend so, wie und so ein Ledersack. Ja, sie sieht wie so eine Niere oder sowas. Ja, genau, was ich gerade sagen. So die Leber. Auf, auf und davon. Ja. Ich weiß, das war wieder gut, ja. Mhm. Braucht mich ab zu applaudieren. Klatsch, 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 klatsch. Hm. Ach, ja. Ach, ist so schön. Andere rackern und ich esse, ja, schön. Hm. Ja, und ich gucke hier nach, äh, uns. Marco cheatet. Schön. Ja. Wie immer. Richtig. Was wisst ihr das? Tja. Aber wir kennen dich. So sieht's aus. So, so langsam könnten wir aber mal ankommen, finde ich. Nicht eh. Schön die Karte hier so rein gedroppt. Ich kurz gleich. Nee, kann ich aber nicht sehen. Du musst gleich kurzen. Ah, ich seh den Baum. Ach so. Guck mal mal hier. Guck mal mal da, nee. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja auch gut. Ich hab hier, ähm, ich hab trotz Paddel noch das Katana in der Hand. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Du wolltest du und sie stechen. Ja. Pieksen hat er gesagt. Ja, letztes Mal, als wir hier waren, da war Muschus doch hier. Hm, ja, Muschus und, äh, der Dicke. Oder was Galoppe? Nee, ich glaub, Muschus war's. Muschus und der Dicke. Ja, da hab ich mir nen Brandpfeil geschiebt. Hast du da mit geschissen, äh, ja. Ich hab geschossen, geschissen. Schade, ich hab mir Knochen. Ja, ja. Oh, ähm. So, wir fahren gleich in den Hafen der Liebe ein. Ja. Nee, das ist noch nicht der Hafen der Liebe. Das ist der falsche Hafen der Liebe. So, da kann's wieder einer nicht abwarten. Toll. Wo noch Schaden? Wie bitte? Wie meine? Hm. Ich hab mich ein bisschen schick gemacht. Falls noch ein Lagerfeuer da ist, kannst du ja mal kurz anwerfen. Mir ist nämlich arschkalt. Mir auch. Irgendwo hier, war doch eins. Falls ich nicht kapitieren, was hier ist es? Ich hab's. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld. Ist einer von euch hungrig? Äh, ja, ich hab mich auch da, es sei denn, du möchtest was braten. Ja, mach ich gerade. Gut. Noch, noch jemand? Nicht gar nicht. Nee. Gut. Ja, Marco hat ja nichts gemacht. Klar, dass er keine Ahnung hat. Oh Mist, kenne ich aber anders mit ihm. Naja. Ja. In real. Ja. Ja. Yay, futtern. Ein Hai. Oh. Hai hai. Jetzt halten. Ist ja kopflos. So, okay. Dann, wie geht's weiter? Ja. Eigentlich schon fast da. Mhm. Eigentlich. Ähm. 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 Ich mach doch mal Licht an, ne? Ich mach doch mal kurz kurz hinsetzen hier. Ähm. Ja. und ems ich suche den strand in dem baum rum das ist ja nicht weil man ist ja jetzt da vorne ja geradeaus noch ein stück so da direkt an am baum ja nie 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 müsste jetzt hier sein ja da ist ja schon wieder kalt ja genau das habe ich hier nämlich eigentlich gesucht ein bisschen tape haben wir noch drei stück ich bin raus auch möchten die also mann ich hab zu ich hab die sprung taste ist wieder da ja ich hab schmerzen ja gut feuern machen ich habe jetzt einmal alkohol getrunken gut dann hätte ich noch eine weitere idee wo wir hinkönten und zwar müssen wir dazu hier ungefähr lang ungefähr 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 so mal schauen ob es hier oben genau schauen ich guck mal immer wieder eine karte sind wir denn eigentlich da sind einfach in die map man die aus wie so ein planet geht in einen eingang haben wir ja schon schnauze ok dann nämlich ja blau bären ach ja genau so hoch noch mehr blau bären sehr cool noch mehr was denn da los hallo bambi bambi was haben wir denn hier das geschah was macht man denn das ich hab stoff aber wenn wir erst mal pennen gehen haben wir hier ein zelt oder so da vorne am strand ist feld kümmer da könnten wir kurz bin die kälte sie ist und voll ja okay platz mal mäuschen fliedergarten achtung 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 auf jeden Fall einfach mal bei mir nichts ausgerüstet ist mhm so ok ich bin auch in der Höhle ich versuche mal äh alter oh shit hab ich mich erschrocken ey Philipp wo bist du bin doch außerhalb ich versuche mal rumzulocken und rumzulocken oh jetzt aber jawohl ja 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 ruckel ruckel oh geschafft sehr gut was will er denn? hat er Bauchschmerzen oder warum ist er da so zickig? oh feuerchen? feuerchen? oh ja sehr gut bin dabei ach schön jetzt fackelt das ding hier oben ab ja genau mit den wurzeln 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 mit den wurzeln